so hallo und herzlich willkommen hier ihr seht es hier finale conference finale gegen inter miami cf geht es hier los ja machen so es geht hier um alles gut durchgesetzt bradley all die tore in einer guten gewohnten position schön auf galardo der einen wuchtigen kopfball ins tor setzt schnelle führung ah nein kein kopfball mit fuß gegen die laufrichtung sehr schön gemacht ist ein zwölftes das in der sechsten minute hier in diesem konferenz finale das in der sechsten minute hier in der sechsten minute hier in der sechsten und jetzt fehler hinten der absatz oh Schade. Schade. Ja, bis auf den einen Vorstoß kommt jetzt zu wenig. Man lasst hier Miami zu sehr spielen. Vielleicht jetzt. Oh, das geht zurück mal, Winger. Ja. 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 Das war ja nichts, hat man sich nicht beieren lassen. Schön. Ah. Wenn der durchgegangen wäre, hätte es vielleicht wieder geklingelt. Ja. 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 oh mein Gott 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, es war nicht drin. Vielen Dank. Boah, was für Reflexe. Ja, es war nicht drin. Nein. Das wollte ich eigentlich nur blocken. Ja, es war nicht drin. Ja, es war nicht drin. So, das wird es dann aber bald gewesen sein. Jawohl, man gewinnt hier knapp 1 zu 0, 0 zu 1 auswärts. Durch dieses Goldtor hier, das zeige ich nochmal her. So, bleibt dran, mal sehen wie es weitergeht, ob es das jetzt endgültig war. Endrunde. Endrunde steht an. Das kommt aber das nächste Mal. Ich bin der Frank, macht's gut. Ich bin der Frank Gamer, macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba.